Ja Leute, Bazzax hier und willkommen zu einem Let's Show einer Adventure Map. Ja, habe ich mir gerade vor schon da genannt und muss sagen, sie gefällt mir sehr und deswegen möchte ich sie heute zeigen. Ja und das ist das eine, ihr kennt das hier, es ist eine 1-2-Map und zwar mit der Elytra, ein Flugparcours in der Art. Ja, hier sind verschiedene Farben, die es halt alle gibt und die muss ich halt langfliegen und in einer bestimmten Zeit, die ihr mittig recht sieht, schaffen. Ich weiß gar nicht, aber der Purple, das ist aber nur da, ich habe es gerade verkackt und das zählt einfach noch so weiter und ich muss jetzt irgendwo in einem unteren hier reinfliegen und dann geht es direkt los mit der Zeit. Ja, wir fliegen heute mal zum Test eine durch und da ich an der Elytra gepämpelt bin, nehme ich die hier. Also, ich möchte auch noch was ankündigen. Und zwar werde ich, ich denke mal, morgen also Freitag, ein 1.9 Let's Play starten. Bitte für die 1, nein nicht 1, sondern 1.10 Let's Play, wo ich komme mit der Version Let's Play, einfach so Minecraft, auch wenn das, äh, so wie von 1.10 war es schon so alt, aber die 1.10, ich glaube, da hat noch niemand so richtiges Let's Play gemacht und dafür möchte ich einfach nur ein ganz normales Let's Play machen. Vielleicht sogar Multiplayer, aber ich glaube eher weniger. Ich hoffe, ich möchte es dann Spaß machen, und das werde ich ja dann sehen. Ja, dann werde ich sagen, ich bin mal die Map hier. Ich hoffe mal, ich habe dieses Mal hier, weil ich habe das eben schon einmal spielt, ob ihr seid die Digi-Ger und... Ey, oh. Bin schon, also ich warte schon weiter, aber ich bin vorher weiter oben an so einer scheiß Enderpflanze gefehlt. Versuchen wir mal ein anderes. Was ist denn, könnte noch sein? Das hier habe ich jetzt zum Beispiel auch schon geschafft, mit einer Zeit von 2.350. Sekunden, glaube ich, wandert. Ja, klar Sekunden. Ja, keine Minuten, keine Minuten noch Stunden oder so sein. Müssten eher Sekunden sein. Okay, das war ein Fail. Das war wegen meiner Stimme. Was können wir mal versuchen? Das da unten mit dem Clay, das türkise. Ich könnte gleich sagen, Augengrebs. Ich weiß. Fail. Das mache ich nochmal. Äh, da unten. Link in der Beschreibung, wenn ihr die auch spielen wollt. Ich finde sie extrem nice. Also mir macht es auf jeden Fall richtig fun. Man muss von nur fliegen und versucht, noch eine Zeit runterzukommen. Das macht einfach echt extrem Spaß. Und das mit einer Kumpel so als Wettrennen, weil das wäre noch geiler. Ich glaube, das mache ich auch morgen mal eine Runde. Vielleicht sogar mit Aufnahme. Ey, scheiße, bin ich schlecht. Okay, nächster Versuch. Före mir mal. Oh, hier unten der Schwarze. Ach, das ist mich voll in den Weg. Ich bin einfach verschissen. Oh Gott. Jetzt habe ich das nicht gesehen, weil die Welt so lange geladen hat. Oh, das steht da drinnen. Äh, 100 Dissens auf 10. Oh, wie sage ich das? Auf 8. Natürlich war ich extrem dumm, dass ich das auf 8 habe. Ich mache mal das daneben, das Holz. Nein, 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 nein. Oh. Übrigens Respekt an die Bauer, das muss mega lang gedauert haben. Ja. Gut, das habe ich jetzt mal in nichts. Okay, zwei, drei Versuche machen wir noch mit irgendeinem Weg. Nehmen wir mal... Den Blonden habe ich eben vorhin schon versucht, der ist nicht gerade einfach. Da bin ich die ganze Zeit hier direkt an diesen Eiszappen gefehlt. Oh, ich bin weitergekommen, als sonst zu machen. Oh. Oh Gott, war das knapp. Welt schaffen, Leute. Ich habe das doch irgendwie mit Musik gebildet. Und mit Musik kann ich mich meiner Meinung nach besser konzentrieren. Deswegen habe ich doch gerade zweimal... Ne, das habe ich zweimal, dreimal. Ich glaube, zweimal habe ich es durchgeschafft insgesamt. Und nicht bei Blau, sondern bei anderen. Was ist das hier so weit zu? Den Krieg ist auch für mich was Wunderliches. Ich fand nur, der Anfang war einigermaßen schwer. Oh Gott. Okay, das war gut gebaut. Das sieht aber nicht schlecht aus. Ich spiele gerade mit der 194 Optifine. Gibt es schon auf der Optifine-Seite? Nein. Oh, ich war so schön weit. Eins versuchen wir noch. Gott, kann man versuchen. Das Rote würde ich gerne, oder das muss ich das andere finden. Da unten geht es los. Oh. Oh mein Gott, ist man da schnell. Boah, das geht gar nicht. Bei dem anderen ist es auch so schnell. Was kommt einem bei dem? Bei dem Roten, stell doch vor, ist bei dem anderen. Das Pink habe ich noch nicht. Das da unten will ich. Das Quarz. Schisset Quarz. Das ist kein Schnee. Oder sowas. Oh Gott. Das war extrem gut gemacht. Der Kugel. So, ich spiele wie so eine pinken Kugel. Weil ich vererbt habe das Problem, ich weiß einfach nie, wann diese schwarze Kugel kommt. Mein gut, ich weiß, eine einzige, was ich jetzt gehabt habe. Aber trotzdem. Ich werde also am Ende noch mal eine platziert. Das Rote möchte ich nochmal packen. Das war extrem dumm. Das gäbe ich noch nicht gespielt. Boah, Alter. Krass. Das ist nicht geil. Ich glaube, ich bin nicht, wenn ich hier gerade den KMH fliege. Oh Gott, war das. Alter. Da musst du ja immer mega skittig werden. Ich kann dir mal sagen, ich bin ja so eine Hardcore-Vive-HD-Fan. Und irgendwie hat er das als Gameplay gehabt in den Neuesten. Mit der... Ah, nee, das war von Revi. Dieses Nicht-Lachen-Challenge. Dieser Challenge. Und da hat er das. Und daher habe ich das. So geil. Oh, das war jetzt ein Render dumm. Das war jetzt irgendwie ein Rendering dumm. Ja, okay, gut. Dann... Nein, ich versuche nochmal. Manchmal kann es ein bisschen länger gehen. Ich würde gerne mal die grüne versuchen. Ich würde schon nochmal aufbauen. Oh Gott. Oder einfach... Manchmal ist es mal irgendwie das Schwierigste. Manchmal ist es sogar echt schlau, an der man abzubremsen, weil du viel zu schnell wirst. Aber wenn du es so recht gut bist, dann schaffst du jedes. Du musst mit der Allytra gut umgehen können. Und du musst planken können. Alter! Boah, jo. Seine war krass. Oh nein! Oh, ich war richtig gut. Das macht mega fun. Okay, ich versuche noch ein einziges. Ich weiß, wie du sagst das tausendmal, aber ich liebe die Map einfach. Ich spiele... Ach, komm, ich fliege aber jetzt noch eins rein. Ach, das mit dem Schwert an dem Boden. Ich habe euch vorhin schon gefeiert. Da habe ich auch noch eins. Oh! Nein, 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 nein. Ich muss schon in den Hohen bleiben. Das ist unten, weil da hat ein Schwert an der Wand gesteckt. Das war sogar nicht dumm. Ich glaube, ich kann schon nicht mal Gold werden. Das ist extrem schwer. Ich versuche mal das, was ich eben geschafft habe. Vielleicht lässt du mich einmal zeigen, wenn er das geschafft hat. Das sieht mega gut aus. Okay, dann wird es noch was mit dem Let's Show. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, link in der Beschreibung. Ich werde unterlassen. Bye, bye. Und schaut bei dem Projekt vor. Bei was ich dachte, das 1.10. Let's play. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.